Leon vor zwei toten Lickern. Hier aus dem Gang, aus dem sie gekommen sind, müssen wir jetzt rein im Nest unter Raccoon City und hoffentlich kommen nicht noch welche. Okay, da geht es nicht rein. Hallo. Ja, ja. Ja, ich habe es doch gewusst. Krabbelst du uns da jetzt echt nach? Was zur Hölle? Das sind ja schon wieder Pflanzen. Nein, keine Pflanzen hier. Nur du hartnäckiger Dude. Und da ist natürlich auch gleich wieder wer. Oh oh, oh oh. Natürlich. Okay, habe ich noch Heilung? Nicht mehr viel. Und du stirb endlich jetzt. Meine Güte. Okay, hochwertiges Schießpulver. So. Ach. Pistolenmunition. Gut. Ah. Ah. Pistolenmunition. Ah. Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden. Sie kommen zurück, immer und immer wieder. Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ja, so weit war ich auch schon. Okay, damit hätten wir hier auch alles. Ah, hier sind wir wieder. Praktisch. So, können wir irgendwas ablegen? Was wir nicht brauchen jetzt. Äh, nein. Wir haben schon wieder fast keine Munition. Wieder mal. Okay, ähm. Wohin müssen wir denn? Okay. Das, da müssen wir öffnen. Und da rein, da rüber. Ähm. Okay, wir gehen zuerst noch einmal runter. Und setzen gleich dort unten. Dieses Modulator-Ding ein, was wir gerade bekommen haben. Tja. So, und jetzt hoffen wir, dass hier nicht wieder irgendwas kommt. Keine neuen Überraschungen. Okay. Signal-Modulator. Das war's, ne? Das ist da gerade gestanden, oder? Ja, Murf. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt hatten wir es fast. Ja. Was? So nicht. Oh Gott. Das ist wieder auf. Jesus. Jesus. Danke. Es war das Licht. Wie schön. Wenigstens lebt hier nichts mehr. So, was haben wir hier? Den Serverraum. Ein Messer. Danke. Danke. Hochwertiges Schießpulver. Benzin. Oh, schön. Ist ja wie Weihnachten hier. Okay. Kann ich irgendwas ablegen? Okay. Okay. Ich werde das Benzin wohl ablegen einmal, ne? Obwohl. Na, lassen wir lieber noch. Ähm. Kann ich mir was mixen? Ich habe zweimal hochwertiges Schießpulver und einmal großes Schießpulver. Hm. Na, lassen wir das inzwischen mal. Aber speichern werden wir. Gut. Serverraum auch komplett. Na, dann geht's da her. Und ich werde mein Messer wieder ausrüsten. Natürlich. Und hier brennt wieder mal kein Licht. Ist ja klar. Puh. Ah, da sitzt schon wieder wer. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben fünf neue Nachrichten. Okay. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Na, die haben wir schon gefunden. Absender Brian Byron Cartwright. Betreff. Beschäftigter Typ, was? Hast du es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Absender Rick Mendoza. Betreff. Noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Absender Rick Mendoza. Betreff. Bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Absender Rick Mendoza. Betreff. Keiner. Erinnerst du dich an Susi, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste ihr noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Okay. Frisch. Ja, frisch. Na, da liegt ja auch schon wieder einer. Ich hoffe mal, du bist tot und bleibst auch tot. Schießpulver. Okay. Gut. Jetzt haben wir zwei große Schießpulver und zwei hochwertige. Mischen. Okay. Aha. Da können wir irgendwas reingeben. Die Kartusche wahrscheinlich. Aber wir haben sie ja noch nicht gefüllt. Okay. Also dann hier noch mal her. Später. Okay. 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 Man kann nie vorsichtig genug sein. Vor allem, wenn man so wenig Munition hat wie wir. Gut. So. Wir müssen wieder rauf. Wir müssen hierher die Kombination eingeben. Wir müssen hierher das blaue Kraut einsammeln. Und wir müssen zurück hierher. Um dieses Ding dort nochmal einzusetzen. Diesen Modulator. Okay. Alles da. Alles da. Reihe nach. Ja. Und ich renne natürlich beinahe in die falsche Richtung. Hier ist jetzt auch Licht. Schön. Und eine Pflanze. Na klar. Wo kommt die denn auf einmal her? Ja. Ja. Verdammt. Gottverdammt. Fick dich. Ah ja, wie ist da hergekommen, ne? Klar. Okay, wohin zuerst? Ich glaube, ach verdammt, ich glaube, das da wird nur irgendein Bonus-Stuff sein. Also gehe ich dorthin als erstes. Wir sehen uns gleich wieder beim Schlafraum. Zurück beim Schlafraum. So, und da können wir diesen komischen Modulator auch wieder einsetzen. Muff. Okay. Gut. Gut. Hallo, Dr. Lee. Ach Gott. Bitte bleiben Sie liegen. Danke. Wayne Lee's Notiz Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot. Alle tot. Das waren diese Männer in schwarz. USS. Die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht uns zu beschützen? Weiße Hirn in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde. Okay. Ah. Oh, und noch eine Gürteltasche. Die letzte offensichtlich. Sehr nice. Damit haben wir hier auch alles. Jetzt ist da draußen natürlich auch Licht. Aber wir müssen ja jetzt eh wieder den ganzen Weg zurück bis daher zum Steuerungsterminal. Dann sehen wir uns dort gleich wieder. So, da wären wir. Jetzt müssen wir nur noch die zweite Kombination eingeben, die wir auf dem Boden von dieser komischen Trophäe gefunden haben. Es war... Aha. Kurz... Okay. Schauen wir mal, ob ich mir das merke. Das... 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 Nein. Okay. Ähm... Ich mach's andersherum. Das... 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 Nein. Äh... Ach so, okay. Großes Quadrat, kleines Quadrat. Okay. Jetzt... Danke. So. Jetzt da rüber und ich wette, uns wird wieder irgendeine dumme Pflanze auf den Kopf fallen. Okay. Okay. So. Eine leere Verteiler-Kartusche. Ja, gut. Und die geben wir da jetzt rein. Okay. Das ist ein relativ einfacher Code. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Eins. Die Lösung. Das muss jetzt aber gekühlt werden. Also, wieder runter in dieses Dingslabor. Kommt hier noch irgendwo was? Okay. Gehen wir da gleich. Ist sogar richtig schön hell hier. Sehr schön, wenn hier niemand mehr ist. So. 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 das Ding können wir jetzt ablegen. ablegen. Passt. So. 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 das schnell. Weg damit. das blaue kraut kann ich eigentlich auch ablegen weil ich habe kein grünes zum mixen. mal keine heilung mehr also rauf unkraut vernichte versprühen wo war denn das jetzt? Ah ja, da wieder, okay. und tschüss ihr pflänzchen. Lösung wird zerstanden. Passt, damit haben wir das nächste Armband. Das hat funktioniert. Jep. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Okay, das nehme ich in Kauf. So, hoffentlich sind auch alle anderen Viecher hier jetzt tot. Beziehungsweise Pflanzen. Nein. Passt, der Chip. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Oh kacke, jetzt bin ich tot. Okay. 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 Tja. Blöd gelaufen. Also nochmal ab hier. So, neuer Versuch. Und zuerst schauen wir, dass wir diese dumme Pflanze jetzt töten. Oh Christoph. Wenn man weiß, dass sie da ist, macht sie eh keine Probleme. Aber es wusste ich halt vorher nicht und bin genau in sie reingelaufen. So, Problem gelöst. Jetzt nur noch dann schnell vor Mr. X, der uns natürlich hier unten gefunden hat. Weglaufen. Scheiße, der schon wieder? Mhm. Toll. Jetzt haben wir den hier unten auch noch an der Backe. Ach, Crap. Okay. Befolgst du mich noch? Na klar. Irgendwo ist er ja. Aber gut, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Byron Cartwrights Posteingang. Absender William Birkin betrefft wichtig erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat drei, diesen Monat sogar vier. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen sie für Sicherheit, Cartwright? Oder wollen sie enden wie ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender, no reply. Automatisch generierte Mail. Betreff. Warnung, unautorisierter Zugang festgestellt. Unkraut vernichtert durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. 4.51 Uhr. Wayne Lee. Ah, da draußen bist du. Ich hoffe mal, du siehst mich hier nicht. So. Na gut. Damit hätten wir unser Ziel ja fast schon erreicht. Ich nehme mal an, dann wird der nächste Part schon der letzte mit Leon sein. Oder vielleicht der vorletzte, schauen wir einfach mal. Aber bis hierhin, danke fürs Zusehen und keep gaming.